Liebe Bayern-Fans, vor allem in China, der erste Tag ist hinter uns, oder läuft noch, sag ich mal. Wir sind heute angekommen in China auf unserer Sommertour. Ja, war sehr spannend. Die Leute waren natürlich sehr euphorisch, sehr emotional. Wir wollten viele Autogramme haben, das haben wir auch erfüllen können. Und hey, sehr schöne Eindrücke. Die Stadt ist natürlich riesengroß. Und man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Trainiert haben wir auch schon. Essen war sehr gut. Das war es jetzt für den ersten Tag. Wir haben noch ein paar Marketing-Termine. Aber ansonsten sind wir für unsere Fans da. Bis bald. Und bisher ist es super.